Edith Clever ist eine deutsche Schauspielerin und Regisseurin. Leben nach dem Abitur und der Schauspielausbildung an der Münchner Otto-Falkenberg-Schule erhielt Clever ein erstes Engagement am Staatstheater Kassel. Von 1966 bis 1970 spielte sie am Theater der Freien Hansestadt Bremen, nahm aber auch Gastspielangebote an den Münchner Kammerspielen und am Schauspielhaus Zürich wahr. 1971 bis 1989 war sie Mitglied der Berliner Schaubühne, wo sie sich in der Zusammenarbeit mit Klaus Michael Grüber und Lüg Bondi, vor allem aber mit Peter Stein profilierte. Als Filmschauspielerin konnte Clever erstmals 1976 durch ihre Titelrolle in der Literaturverfilmung Die Markise von O. von Eric Romer, wofür sie mit dem Filmband in Gold ausgezeichnet wurde. Ihre Mitwirkung in Hans-Jürgen Züberbergs ästhetisch-radikaler Pasefallverfilmung führte zu einer intensiven künstlerischen Verbindung mit diesem Regisseur. Die Resultate dieser Arbeit stellten an die Rezeptionsbereitschaft des Publikums hohe Anforderungen, so Z. B. Der zweiteilige Film Die Nacht mit einem sechsstündigen Monolog zum Thema Nacht- oder Soloabende wie die szenische Lesung von Schnitzlers Fräulein Else. 1987 beeindruckte Clever das Pariser Publikum fünf Stunden lang mit Kleists Penthesilea, die sie, sämtliche Rollen übernehmend, als »Ferstragödie in 24 Auftritten« vortrug. Ebenfalls 1987 liest sie unter der Regie Züberbergs den Monolog der Molly Bloom aus James Joyce »Ulysses«. Neben der literarischen Hymne »Auf das Leben und die Endlichkeit« stellt der Film den Versuch dar, auszuloten, inwieweit die Umgebung und die Zuhörerschaft einen Text und seinen Vortrag beeinflussen. 1992 stellte sich Clever mit Goethes Steller erstmals als Regisseurin vor. 1994 verpflichtete Peter Stein die Schauspielerin als Kleopatra in Shakespeare's Antonius und Kleopatra für die Salzburger Festspiele. 1996 inszenierte und spielte sie an der Berliner Schaubühne die Medea des Euripides. 1997 inszenierte sie »Der Hausbesuch« von Rudolf Borchardt. 1998 setzte sie bei der Uraufführung des Boto-Strauß-Stücks »Jeffers«, Akt I. und II. im Berliner Häppeltheater die Personalunion von Regisseurin und Darstellerin fort. Von 2017 bis 2020 trat sie als Jedermanns Mutter in Michael Sturmingers Inszenierung bei den Salzburger Festspielen auf, 2021 übernahm sie im Jedermann den Tod. Auszeichnungen 1976. Filmband in Gold für die Markise von O. 1977. Deutscher Darstellerpreis – Chaplin Schuh. 1982. Bayerischer Filmpreis für Pasifal von Richard Wagner – Hans-Jürgen Süberberg 1986. Filmband in Gold für die Nacht 1988. Gertrud Deisoldring für Penthesilea von Heinrich von Kleist – Hans-Jürgen Süberberg 2006. Nestroy-Theaterpreis als beste Schauspielerin in Schlaf am Akademietheater 2021 – Salzburger Festspielnadel mit Rubin